Weit wandern. Wie weit? Naja, zumindest so weit, dass man sagen kann, man war weit wandern, oder? Hört sich auch irgendwie mehr nach Extremsport an, als zu sagen, man war wandern. Kleiner Scherz, aber weit wandern ist eine wirklich coole Sache. Aus 100 verschiedenen Gründen. Darüber könnte man hier jetzt philosophieren. Aber was brauche ich eigentlich zum weit wandern unbedingt mit? Und wie kann ich meinen Rucksack vernünftig packen, gestalten? Und was bleibt eine nette Option? Beim weit wandern, da kommt es auf so vieles an, dass man schnell mal das ein oder andere vergisst. Aber manchmal, dann nimmt man von manchen Sachen dafür viel zu viel mit. Und dann fehlt entweder was, oder man schleppt mehr Gewicht rum wie andere. Das bedeutet, wir müssen ein paar grundlegende Punkte klarstellen, bevor wir den Rucksack packen. Damit kommen wir gleich zum wichtigsten Punkt beim Rucksack. Wir müssen beginnen, effizient zu denken. Bedeutet, wir sollten versuchen, mit weniger Ressourcen die gleichen Resultate zu erzielen, oder mit den gleichen Ressourcen noch länger auszukommen. Wenn zwei T-Shirts aktuell für zwei Tage reichen, wäre eine Effizienzsteigerung, wenn wir mit den zwei T-Shirts vier Tage auskommen. Logisch. Effizienz beim weit wandern Rucksack macht sich in jedem einzelnen Gegenstand bemerkbar. Je größer die Gegenstände und vor allem je schwerer, umso mehr sollten wir den Effizienzgedanken ins Spiel bringen. Und dabei gibt es zwei Unterscheidungsmöglichkeiten, die uns auch bei der Planung des Inhalts helfen. Erste Möglichkeit. Der effiziente Rucksack ergibt sich durch die leichteste Variante eines Gegenstands. Zweite Möglichkeit. Der effiziente Rucksack ergibt sich durch die effiziente Verwendung eines Gegenstands. Obwohl viele gleiche Wörter drin stecken, ist damit etwas völlig Unterschiedliches gemeint. Schauen wir uns erst Möglichkeit 1 an, die leichten Gegenstände. Auf der Packliste eines Weitwanderrucksacks, so unterschiedlich sie auch aussehen möchte, gibt es Gegenstände, die es im Geschäft mit normalen Eigenschaften, leichten Eigenschaften und auch in ultraleichten Versionen gibt. Fakt ist, je leichter die Gegenstände werden, desto teurer werden sie in der Regel auch. Manchmal aber, nicht immer, werden aber ultraleichte Gegenstände auch etwas schwieriger im Handling oder vielleicht auch insgesamt anfälliger für Probleme oder Beschädigungen, wie das zum Beispiel manchmal bei Luftmatratzen, Zelten oder Schuhen der Fall ist. Alle Gegenstände als ultraleicht zu kaufen, kann also teuer und vielleicht sogar problematisch sein. Für viele ist aber dieses ultraleichte Erleben ein Schlüsselfaktor, weil man vielleicht schnell sein will oder einfach nicht mit dem Schulter- und Rückenschmerzen durch den schweren Rucksack kämpfen will. Trotzdem kann ein Weitwanderrucksack, der nur mit ultraleichter Ausrüstung gefüllt wurde, immer noch sehr, sehr schwer werden. Da kommen wir jetzt noch zur Möglichkeit Nummer 2, um einen Rucksack effizient zu packen. Die effiziente Verwendung der Gegenstände. Oder um den Fall mit einer einfachen Frage zu erklären, was bringen ultraleichte T-Shirts, wenn ich davon 20 im Rucksack habe? Da bin ich mit zwei normalschweren T-Shirts deutlich leichter unterwegs. Genau das ist der Punkt. Wenn wir es schaffen zu erkennen, welche Gegenstände wir effizienter nutzen können, können wir einiges, also wirklich einiges, Gewicht an Gewicht einsparen. Aber welche Gegenstände könnten wir denn effizient nutzen? Da wären ganz groß zu erwähnen die T-Shirts und Hosen. Beim Weitwandern sollte man bis auf einen gewissen Punkt zumindest auf Komfort verzichten können. Deshalb gibt es nun als Tipp von mir, kauft euch T-Shirts, die ewig brauchen, bis sie stinken. Dazu zählt zum Beispiel Bambus oder Merino und kein Polyester. Ein Polyester-Sportshirt stinkt nach dem ersten Tag. Am zweiten Tag zieht man es vielleicht noch widerwillig an. Am dritten wechselt man spätestens das T-Shirt oder die Partnerin wechselt das Zelt. Bei 20 Tagen wandern bedeutet das also mindestens 10 T-Shirts. Für zwei Tage ein Shirt. Verwendet man stattdessen geruchsärmere T-Shirts, die im Idealfall noch schneller trocknen, kann man das Ganze effizienter gestalten und nach jedem vierten Tag das T-Shirt wechseln. Damit kommt man bei 20 Tagen nur noch auf 5 T-Shirts. Damit wurde die Menge an T-Shirts schon halbiert. Und selten gibt es Polyester-Shirts, die so wenig wiegen wie Merino oder Bambus. Ihr seht also, wie das Prinzip ungefähr funktioniert. Ultraleichtes Weitwandern geht übrigens aber auch noch mit noch weniger, wenn man sich Systeme entwickelt und diese dann vernünftig einhält. Bleiben wir dafür gleich mal bei den T-Shirts. Wer erst nach vier Tagen das T-Shirt wechselt, hat nun vier neue Tage Zeit, das T-Shirt zu waschen und außen am Rucksack trocknen zu lassen. In vier Tagen sollte sich definitiv eine Möglichkeit finden lassen, ein T-Shirt zu waschen. Egal ob in einer kleinen Pension oder in einer Hütte oder im Bachbett. Irgendwo geht das in der Regel immer. Mit etwas neutraler Seife, die man vermutlich eh dabei hat, lässt sich oft das Ganze unendlich oft wiederholen und man braucht eigentlich nur zwei T-Shirts für 20 Tage. Das bedeutet eine Gewichtseinsparung von 80% gegenüber den Polyester-Shirts, die man alle zwei Tage wechselt. Aber wenn sich die Überlegung nicht lohnt, weiß ich es auch nicht. Und das kann man grundsätzlich mit fast allen Dingen so machen. Wenn ich nun beide Möglichkeiten der effizienteren Rucksackgestaltung kombiniere, komme ich zur Königsdisziplin des Weitwanderns. Das kann zwar auch teuer sein, aber es kann durchaus sein, dass es sich für den einen oder die ein oder andere unter euch lohnt. Wenn ihr sagt, ihr wollt euren Rucksack von 20 auf 13 Kilo abspecken beispielsweise. Natürlich hängt das alles aber auch irgendwo von euren eigenen Bedürfnissen ab. Ich möchte euch noch ganz unabhängig von den Kosten für etwaige Verbesserungen oder Upgrades nun kurz noch ein paar Beispiele geben, wo bezüglich der leichteren Versionen von manchen Gegenständen prozentual und in absoluten Zahlen das meiste Gewicht eingespart werden kann. Das wären zum Beispiel Zelt, Schlafsack, Schuhe, Matten, Kissen und zu guter Letzt Jacken. Bei Letzterem sind vor allem die Materialien Vlies und Wolle gemeint, die etwas leichtere Alternative haben können. Hier kann man mit dem Auge aufs Gewicht beim Einkauf definitiv wirklich viel Gewicht sparen, aber ehrlicherweise ganz großes Rufzeichen, das kostet richtig viel Geld. Eine klobige, schwere Armee-Isomatte kostet 50 Euro. Eine Ultralight-effiziente, selbstaufblasbare Isomatte kostet 250 Euro. Wenn man das bei allen Dingen so macht, kommt man ungefähr auf 1100 Euro Mehrkosten. Ob es das wert ist, entscheidet natürlich ihr selber. Fakt ist aber, man kann auch mit einem schweren Rucksack oder mit einem schweren Inhalt wunderbar weit wandern gehen. Das ist alles eine Frage der Übung und des Trainings. In der Infokarte findet ihr übrigens ein Video zum Thema Trainieren mit schwerem Rucksack. Das kann euch auf solche Touren definitiv vorbereiten. Großes Extrablatt gibt es jetzt noch zum Thema Essen und Trinken. Das ist beim Weitwandern immer eine sehr schmale Gratwanderung zwischen nicht zu viel und oh Gott, ich verreck. Hungrig wandern oder gar schlafen zu müssen, ist mühsam und schwächt den Körper. Sau viel Gewicht mit sich herumschleppen, frustriert und macht das Abenteuer kaputt. Deshalb gilt auch hier, wer es schafft, sich im Komfort etwas einzuschränken, kann in vielerlei Hinsicht auch davon profitieren. Zum Beispiel, indem man auf effiziente Nahrung achtet. Was gehört da dazu? Alles, was ihr euch zu Hause so verkneift. Landjäger, Nüsse, Schokoriegel, Müsli-Riegel und natürlich die gute alte Toblerone für alle Schweizer Freunde. Und sowas in die Richtung. Ich meine, klar sollte einem das ganze Futter auf der Tour auch schmecken. Aber wenn euch solche Dinge zusagen, dann könnt ihr euch damit wirklich gut ernähren. Diese Lebensmittel enthalten unglaublich viel Kalorien bei kleinster Menge und das ist aus gewichtstechnischer Sicht natürlich ein Traum. Beim Trinken sollte man sich natürlich realistisch einschätzen und gut überlegen, wie viel man da denn in der Vergangenheit so verbraucht hat auf vergleichbaren Touren. Nur weil vor dem Wandern jetzt ein Weid steht, braucht man bei gleicher Tages- und Etappenlänge nicht plötzlich zehnmal mehr zu trinken mit. Zumindest nicht, wenn man einmal täglich an einer Wasserquelle vorbeikommt oder vielleicht auf einer Hütte schläft und sich da dann die Vorräte wieder auffüllen kann. Und um Gottes Willen möchte ich euch nicht dazu verdammen, eure Weidwanderungen jetzt ins kleinste Detail effizienter zu gestalten und euch alles wegnehmen, was nicht überlebensnotwendig ist. Aber viele fühlen sich durch die große Last, den riesigen Rucksack und ähnliches verängstigt, unsicher und sehen das als Problem. Das sollte aber nach diesem Video spätestens kein Thema mehr sein. Seid ihr von diesem Problem des viel zu schweren Rucksacks eigentlich betroffen, dann wendet die zwei Strategien des effizienten Rucksacks, also die effiziente Nutzung der Gegenstände und die Minimierung des Gewichts der einzelnen Gegenstände an, bis ihr bei einem Gewicht angekommen seid, das ihr handeln könnt. Wenn euch die heutige Episode des Grundlagenkurs irgendwie weiterhelfen konnte, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. In Zukunft geht es auch weiterhin immer um das Thema Bergsteigen, Wandern, Klettern, Klettersteige und so weiter. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.